hallo ihr lieben ich grüße euch guten morgen oder fast mahlzeit hier ist eure seglinde sorglos ja es ist mal wieder so weit ich wusste mich nach längerer zeit ich glaube der war zucker anderthalb jahre bei mir fast zwei von meinem kymco s 50 sport 9 nennt er sich für ein 2008 modell muss ich mich leider trennen er geht in gute hände weg in eine andere stadt da werde ich den jetzt hinbringen jemand wollte den unbedingt haben und naja ich fand den sehr schön von der optik her alles so wie er da steht aber man kann ja nicht alles behalten muss man mal eins von seinen spielzeugen mal wieder abgeben oder sich davon trennen so ist es halt ist ein sehr schöner roller sitzt man gut drauf der hat auch gutes reifen profil die felgen schön wie er sich ein bisschen sieht die optiken schönen sportauspuffer darauf springt wohl nicht an ich habe mich selber noch gar nicht dran gegeben da mal den vergaser zu reinigen und so fort weiter und so fort batterie die ist auch gar nicht vorhanden gewesen von anfang an die konnte man wenn überhaupt nur anklicken und er geht an einem baster gebe ich dieses fahrzeug weiter derjenige sucht so ein roller für seinen sohn und alles gut und naja dann kriege ich wieder was anderes ich habe mehrere spielzeuge und den bringe ich auf jeden fall jetzt erstmal weg und hoffe kann da jemand anderem auch eine freude mitmachen der freut sich auf jeden fall sehr drauf ja so sieht es aus okay dann würde ich sagen bis zum nächsten video und ich stelle euch demnächst irgendwie mal was anderes wieder vor wieder mal ein schönes arbeitsgerät für den garten oder anderes fahrzeug schauen wir mal ja ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag ja tschüss eure und ich wünsche euch das auch bloß